Nun sind sie also wieder zurück in Großbritannien. Und es scheint so, als ob die Beckhams die englische Küche genießen würden. Denn Victoria begann ihren Tag mit einem Besuch zu dem Apple-Geschäft. Das ehemalige Spice Girl wurde gesehen, wie sie an den Fisch-in-Chips-Ständen vorbeiging, natürlich in Begleitung mit ihrem Sohn Cruise. Sie sahen zwar ein bisschen verloren aus, aber dennoch kauften sie sich Fisch-in-Chips von einem Take-away in Notting Hill. Das ist wirklich ein Auftritt. Sie scheint doch noch richtig bodenständig zu sein.